Manchmal helfen wir, damit bei uns in Eberstadt große Ideen Wirklichkeit werden. Und manchmal helfen wir, den richtigen Ton zu treffen. Manchmal weht mit uns ein frischer Wind. Manchmal werden Nachbarn mit uns zu Freunden. Und manchmal reicht es, eine kleine Freude zu machen. Bei uns gehen Vergangenheit und Zukunft Hand in Hand. Im Namen unseres Stifters Hans-Erich Dotter und seiner Frau Marie Elfriede sind wir ganz allein Eberstadt verpflichtet. An diesem Konferenztisch besprach sich Hans-Erich Dotter mit seinen Mitarbeitern. Heute tagt hier der Vorstand und trifft seine Entscheidungen für Eberstadt. Wir schaffen Orte, an denen Zusammengehörigkeit eine ganz besondere Bedeutung hat. Und manchmal werden Schüler mit uns zu Lehrern. Mit uns werden Pläne handfest. Und manchmal kriegen Träume Flügel. Mit uns werden wir, wenn 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 wir, Kräfte vor Ort wecken und stärken. Dutter Stiftung, die Stiftung für Eberstadt.